ich habe mir mal ein wenig gedanken gemacht wie man den kuchen am besten aus dem omnia wieder raus gestürzt bekommt und zwar wir haben hier diesen großartigen deckel der exakt auf die form drauf passt da müssen wir jetzt nicht mit dem teller irgendwie kanten und dann rutscht uns der spaß runter und irgendwie festhalten sondern wir können einfach drauf machen den kuchen locker umdrehen und in den deckel fallen lassen das schöne ist der omnia griff ist so geformt dass der spaß stehen bleibt jetzt kommen wir ganz locker hinten abheben und der kuchen ist schon fertig jetzt können wir den teller ganz bequem darauf machen wir drehen das ganze wieder zurück und der kuchen ist perfekt gestürzt und das ohne unfall das kriege ich selten hin so 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 so